Hallo und herzlich willkommen zum Kurs ins Handeln kommen, Projektmanagement für Aktivistinnen. Mein Name ist Wiebke Herdenk und ich werde euch durch die kommenden Module führen. Ich komme ursprünglich aus der Umweltbewegung, bin immer noch viel in Projekten unterwegs, sei es zu Datenschutz, Gesundheit oder Demokratie. Ich finde, Projekte schaffen Bewegung. Wir reden nicht nur, wir fangen an, was zu verändern. Und wenn auch kleine Projekte Spaß machen, dann lernen wir auf Dauer wirkungsvoller zu werden ohne im Chaos zu versinken oder uns zu überfordern. In diesem Selbstlernkurs geht es um Projektmanagement mit einem Fokus auf selbstorganisierte Gruppen in Ehrenamt und Aktivismus. Ob ihr lokal oder bundesweit aktiv seid, in kleinen Gruppen oder als Teil von einer größeren Organisation, dieser Kurs ist für euch. Und ob ihr zu Klimaschutz oder Rassismus arbeitet, zu Verkehrspolitik oder solidarischer Landwirtschaft, ihr werdet hier einen Haufen Werkzeuge finden, die helfen können, nicht den Kopf zu verlieren und weiterhin mit Spaßprojekten zu rocken. Es gibt immer mal wieder Aufgaben und Anwendungsmöglichkeiten. Bringt also gerne ein eigenes Projekt mit oder arbeitet im Kurs gleich mit ein paar Leuten aus eurer Gruppe durch. Ihr könnt euch natürlich auch einzelne Module aussuchen, je nachdem, was ihr gerade braucht. Unsere Einladung dabei, nehmt euch wirklich die Zeit, den Stoff auf eure Arbeit anzuwenden. Denn dann bewegt sich wirklich was.